Da sind wir schon, zweites Secret Level bei Dragami. Steckt hier zwischen Dragami 6 und Dragami 7. Das ist da oben, nein nicht Dragami 7, das ist da oben dieser Kristall. Da haben wir Dragami Secret Level 2 für 2 Kelche. Super günstig, übersichtlich. Zauberpilz blauer Bauch zweimal erstellen. Okay, also brauchen wir fünf von den Grünen. Von totem Land verschmelzen, verschmelze fünf winzige magische Münzen auf einmal und tippe auf alle Bücher und Pilze. Klingt erstmal machbar. Haben wir irgendwas, was angeflogen kommt? Gerade nicht. So, jetzt überlege ich, ob ich das wirklich machen soll. Es kommt ja wirklich nichts angeflogen, oder? Nö. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das einfach. Dann, ja, es ist halt, wie es ist. Dann mache ich auch das hier. Gebe das mal frei. Jetzt komme ich ein bisschen ins Überlegen. Ich würde halt hier tatsächlich gerne ein Fünfermerge machen, aber ich habe nur vier. Was soll ich denn da? Hm, ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich, aber ich sehe sonst gerade keine Alternative, ehrlich gesagt. Also, ich könnte hier natürlich durchgehen, aber da komme ich auch noch nicht sehr weit. Deswegen, ja, mache ich das halt jetzt leider mal so. Okay, dann machen wir das da hin. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das hier hinführen soll. Sehr merkwürdig. Ich muss doch noch an so'n, ich muss an so'n Pilzbusch hier rankommen. Aber wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Düm, 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 düm. Hm, 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 hm. Also, wir machen das jetzt mal. Machen wir das wirklich? Ach, es fühlt sich so falsch an. Es fühlt sich so falsch an. Aber wir machen das mal. Dann das hier rüber. Wir haben hier vier von denen. Machen wir da. Ja, wir machen das. Wir machen hier ein Fünfermerge. Dann machen wir das hier. Wir machen das. Geben hier unten den Bereich frei. Okay, kommen an die Traube ran. Jetzt sieht es irgendwie besser aus. Aber mit den Münzen müssen wir ein Fünfermerge machen. Okay, legen wir mal auf Seite. Dann machen wir hier oben weiter. Sehr gut. Dann geben wir das Blatt mal da oben rein. Können da freischalten. Das mal hier runter. Den da rein. Dann können wir das da hochgeben. Brauchen wir nochmal Trauben? Nein, ne? So, machen wir das so. Das sammeln wir ein. Hier können wir ein Fünfermerge machen. Sehe ich jetzt auch nichts, was dagegen spricht. Dann können wir die Himbeere da hochlegen. Ähm, wir können das machen. Dann machen wir das. Dann haben wir den hier frei. Geben das frei. Okay, jetzt kommen wir vielleicht an Münzen ran. Das ist gut. Dann haben wir hier vier Münzen. Und da habe ich leider auf das Ding getippt. Deswegen, ja. Ähm. Deswegen werden wir die eine Aufgabe wahrscheinlich nicht schaffen. Oder? Doch, haben wir schon. Okay, wir haben schon genug von totem Land verschmolzen. Ach, Glück gehabt. Ich dachte gerade, es wäre aus Versehen, ja, aus Versehen zu viel gewesen. Egal, dann können wir das jetzt mal alles einsammeln. Wir müssen nur noch auf den Büchen rumhacken hier. Ähm. Reicht auch schon. Dann bringen wir das zusammen. Mal ganz kurz gucken. Ach, danach ist schon der grüne. Ach, Purple Star noch für uns. Super. Können wir das hier raus machen. Die können wir einfach hochjagen. Machen den. 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 Schön einen nach dem anderen. Da ist noch eine kleine Kiste. Und da oben. Und fertig. 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 Das war's schon. Also doch, ja. Einfach mal durchgehen. Richtig viel verkehrt machen kann man, denke ich, nicht. Boah. Klassischer Honigtopf zweimal. Nehme ich mit. Da sind sie. Die Werbung war diesmal sehr aufträglich. Egal. Purple Star kommt mit. Münze nicht. Drachenbaum ja. Und das war's für das zweite Secret Level. Ha. Sehr gut. Nächste Secret Level nächsten Freitag. Wir hören uns aber morgen wieder zur nächsten Herausforderung natürlich. Um 9 Uhr. Wie gehabt. Bye bye. Bye bye. Vielen Dank.